Hi! Willkommen auf unserem Kanal. Ich hoffe, die Videos hier können dir dabei weiterhelfen Deutsch zu lernen. Viel Spaß beim Lernen dir! Sprechen Teil 1. Was sollen sie tun? Zuerst fragt der Prüfer oder die Prüferin sie nach ihrem Namen. Dann bekommen sie vier Wortkarten und stellen mit diesen Karten vier Fragen. Ihr Partner oder ihre Partnerin antwortet. Wohnort. Wo wohnen sie? Ich wohne in Frankfurt in der Schweizer Straße 13. Die Postleitzahl ist 60593. Familie. Wo wohnt ihre Familie? Meine Familie wohnt in Warschau, in Polen. Beruf. Was sind sie von Beruf? Oder was ist ihr Beruf? Ich arbeite in einem Büro. Ich möchte eine Ausbildung machen. Ich bin Verkäufer. Ich möchte Lehrer werden. Hobby. Was ist ihr Hobby? Oder was machen sie gern? Meine Hobbys sind Lesen und Schwimmen. Ich höre auch gern Musik. Geburtstag. Wie alt sind sie? Ich bin 21 Jahre alt. Wann haben sie Geburtstag? Ich habe am 5. Dezember Geburtstag. Sprachen. Was ist ihre Muttersprache? Meine Muttersprache ist Rumänisch. Welche Sprachen sprechen sie? Ich spreche Türkisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Deutsch. Warum lernen sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Wie lange lernen sie Deutsch? Ich lerne seit eineinhalb Jahren Deutsch. Wo lernen sie Deutsch? Ich lerne an einer Volkshochschule Deutsch. Oder ich lerne Online-Deutsch. Wenn sie in Deutschland die Prüfung machen. Heimatland. Woher kommen sie? Ich komme aus Armenien. Wie lange in Deutschland? Wie lange sind sie schon in Deutschland? Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Tipp. Das Gespräch ist kurz. Es dauert nicht länger als zwei Minuten. Sprechen Teil 2. Was sollen sie tun? Sie sollen von sich erzählen. Dazu bekommen sie eine Aufgabenkarte mit Stichwörtern. Danach stellt der Prüfende oder die Prüfende ein bis zwei andere Fragen. Dieser Prüfungsteil dauert drei bis vier Minuten. Aufgabenkarte. Von sich erzählen. Was machen sie am Sonntag? Hobbys? Fernsehen? Lange schlafen? Oder Freunde besuchen? Lesen sie die Frage. Antworten sie mit den Wörtern auf ihrer Karte. Beispiel. Am Sonntag schlafe ich lang. Zuerst frühstücke ich gut. Dann besuche ich oft Freunde oder meine Freunde kommen zu mir. Manchmal gehen wir ins Kino oder wir machen ein Picknick. Oft spiele ich auch Fußball und gehe danach ins Kino. Ich sehe nicht so gern fern. Lieber sehe ich Filme auf DVD. Ich lese auch viel. Folgende Wörter helfen, wenn sie länger von sich erzählen sollen. Zuerst Dann Danach Immer Oft Manchmal Selten Nie Gern Lieber Am liebsten Nicht so gern Tipp Werden sie nicht nervös, wenn sie keine Idee mehr haben. Der Prüfer oder die Prüferin wird dann helfen und weitere Fragen stellen. Sprechen Teil 2 Sie bekommen eine Karte und erzählen etwas über ihr Leben. Aufgabenkarte 1 Von sich erzählen Wofür geben sie ihr Geld aus? Hobbys Essen Urlaub Wohnung Aufgabenkarte B Von sich erzählen Welches Verkehrsmittel benutzen sie? In der Freizeit Oft Oder selten Im Urlaub Für den Arbeitsweg Beispiel Aufgabenkarte A Wofür geben sie ihr Geld aus? Erzählen sie bitte Wofür geben sie ihr Geld aus? Naja Für die Miete Wir müssen über 800 Euro für unsere Wohnung bezahlen Und dann natürlich Essen und Getränke Ich kaufe gern gesunde Sachen ein, aber die sind auch nicht billig Und Hobbys? Ich fahre gern Fahrrad Das kostet nichts und sonst Schwimmen mag ich, aber das ist auch nicht teuer Wir gehen gern in Cafés, aber ist das ein Hobby? Dann bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel für den Urlaub Stimmt Wir fahren nicht jedes Jahr weg Manchmal nur alle zwei Jahre Gibt es noch etwas, wofür sie gern Geld ausgeben? Ja Für meine Katze Ich liebe Haustiere Beispiel Aufgabenkarte B Welches Verkehrsmittel benutzen sie? Welches Verkehrsmittel benutzen sie? Erzählen sie bitte Wenn ich zur Arbeit fahre, brauche ich mein Auto Ich muss oft Kunden besuchen und das geht nicht ohne Auto Oft muss ich auch Sachen transportieren Und in der Freizeit? In der Freizeit bin ich froh, wenn ich das Auto in der Garage lassen kann Dann nehme ich das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel Mit welchem Verkehrsmittel fahren sie in den Urlaub? Wie mache ich Urlaub? Also die letzten Jahre mit dem Flugzeug oder der Bahn Busreisen mag ich nicht Sie fahren also nie mit dem Bus? Selten Natürlich nehme ich hier in der Stadt manchmal den Bus Aber wie gesagt Meistens Auto, Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel Sprechen Teil 3 Was sollen sie tun? Dieser Prüfungsteil ist ein Rollenspiel Sie und ihr Partner oder ihre Partnerin Teilnehmer A oder B oder Teilnehmerin A oder B Bekommen eine Aufgabe und ein Aufgabenblatt mit unterschiedlichen Informationen Zum Beispiel eine Seite aus einem Kalender von A Und eine Seite aus einem Kalender von B Sie sollen Vorschläge machen, diskutieren und am Schluss zusammen eine Lösung finden Sie haben dafür 3 bis 4 Minuten Zeit Sprechen Teil 3 Aufgabenblatt A Sie wollen zusammen ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund kaufen Wann haben Sie beide Zeit? Finden Sie einen gemeinsamen Termin? Machen Sie Vorschläge Mittwoch, 19. Juli Deutschkurs, 9 bis 12 Uhr Mittagessen mit Freunden, 13 Uhr Sport, 14 und 15 Uhr Kochen und Abendessen mit Thorsten, 18 und 19 Uhr Max und Leo kommen zu Besuch, 20 Uhr Aufgabenblatt B Sie wollen zusammen ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund kaufen Wann haben Sie Zeit? Finden Sie einen gemeinsamen Termin? Machen Sie Vorschläge Mittwoch, 19. Juli Arbeit, 8 bis 11 Uhr Kochen und Mittagessen, 13 Uhr Deutschkurs, 14 bis 16 Uhr Kino mit Sarah, 20 Uhr Beispiel A Sie möchten am Mittwoch zusammen einkaufen gehen? Wann haben Sie beide Zeit? Finden Sie einen Termin? Kandidat A Mittwoch Deutschkurs, 9 bis 12 Uhr Zahnarzt, 13 Uhr Besuch von Jonas, 16 bis 18 Uhr Kandidat B Mittwoch Arbeit, 7 bis 11 Uhr Deutschkurs, 14 bis 17 Uhr Besuch von Nadja, 21 Uhr Lösungsvorschlag A Hallo, Maria Wollen wir am Mittwoch zusammen einkaufen gehen? Hast du Lust? B Ja, das ist eine gute Idee Aber ich habe am Mittwoch nicht so viel Zeit A Kannst du am Nachmittag um 15 Uhr? B Nein, das ist schlecht Weil ich bis 17 Uhr meinen Deutschkurs habe Wir könnten uns vor dem Deutschkurs treffen Von 11 bis 14 Uhr habe ich Zeit A Das geht bei mir nicht Am Vormittag habe ich Deutschkurs Und um 13 Uhr muss ich zum Zahnarzt B Und am Abend? Ich kann auch nach 17 Uhr Um 21 Uhr kommt eine Freundin zu Besuch Aber zwischen 17 und 18 Uhr habe ich Zeit A Gut, ich kann um 18 Uhr Ist das okay? B Ja, prima Dann treffen wir uns um 18 Uhr Beispiel 2 Sie möchten am Sonntag einen Ausflug machen Was wollen Sie machen? Machen Sie Vorschläge, diskutieren Sie Und finden Sie eine Lösung A Mit dem Fahrradfahren An den See Schwimmen Im Restaurant essen B Mit dem Zug fahren In die Berge Wandern Etwas zu essen mitnehmen Lösungsvorschlag A Hallo Robert Wir wollen doch am Sonntag einen Ausflug machen B Ja, stimmt Das Wetter soll gut werden A Ich schlage vor, dass wir mit dem Fahrrad an den See fahren B Ach, wir waren doch letzte Woche erst am See Ich würde lieber in die Berge fahren A Mit dem Fahrrad B Nein, das geht nicht Mein Rad ist nicht so gut Lieber mit dem Zug A Ich finde die Berge auch okay Aber ich würde gerne schwimmen gehen B In den Bergen gibt es auch viele Seen Dann können wir beides machen Schwimmen und wandern A Einverstanden Dann machen wir das so Zuerst wandern und dann schwimmen Und mit dem Fahrrad können wir vielleicht nächste Woche etwas machen B Klar, aber jetzt fahren wir erst einmal in die Berge Tipp Sie dürfen beim Sprechen Fehler machen Werden Sie nicht nervös Sprechen Sie weiter Tipp 2 Sagen Sie nicht nur Ja oder Nein Sprechen Sie in längeren Sätzen Tipp 3 Tipp 3 Es ist wichtig, dass Sie beide sprechen Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin Lassen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin auch Zeit für die Antworten Lösungsvorschlag A Hallo Thomas Wir wollen doch für Gabriel ein Geburtstagsgeschenk kaufen B Ja Stimmt A Wann hast du Zeit? Ich kann diese Woche nur am Mittwoch B Mal sehen Ja, am Mittwoch muss ich arbeiten Aber ich kann zum Beispiel vormittags um 11 Uhr Dann habe ich Zeit bis 13 Uhr A Das passt mir leider nicht so gut Am Mittwoch habe ich bis 12 Uhr meinen Deutschkurs Und um 13 Uhr habe ich schon einen anderen Termin Wenn wir uns dann nach 12 Uhr treffen, haben wir nur ganz wenig Zeit Das finde ich nicht so toll B Und am Nachmittag nach 4? Da kann ich auch A Da habe ich länger Zeit, mindestens 2 Stunden Um 6 wollte ich mit Thorsten zu Abend essen, aber das kann ich auch verschieben B Dann treffen wir uns doch um 4 am Bahnhof Da gibt es viele Geschäfte A Einverstanden Aber besser etwas später Bis 4 Uhr mache ich Sport Ich wollte dann kurz nochmal nach Hause und duschen Ist halb 5 für dich okay? B Ja, prima Dann treffen wir uns um halb 5 am Bahnhof A Bis Mittwoch B Ja, bis dann So, das war es dieses Mal wieder mit dem Video Ich hoffe es hat dir gefallen Vergesst nicht ein Like da zu lassen Einmal unten einen Kommentar da zu lassen Ja, was hat dir besonders gefallen Und vor allen Dingen die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren Dass du keines unserer Videos verpasst Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.